Lieber User, der mir das unter das letzte Video vom Hund auf dem Sofa geschrieben hat, was für eine bescheuerte Töhle, genau wie so ein Besitzer, der dem Köter erlaubt, aufs Sofa zu gehen. Genau um ein Reden, lieber User, genauso sehe ich das auch, Hunde gehören nicht aufs Sofa. Punkt. Aber die machen meistens was zu wollen. Und tschüss. Punkt. 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 Okay. Vielen Dank.